Ja, dort sehen wir eindeutig eine Gurke. Also es soll eine Gurke sein, aber die ist ein bisschen klein geraten und wie man glaube ich sieht, ist da auch schon eine Gurke abgefallen. Also es ist nicht so der Bringer mit den Gurken. Wohl kein Gurken, ja. Ja, und hier sehen wir noch ein bisschen Kurabi und ein paar Erdbeeren und ja, lecker rote Erdbeere. Ja, das wäre doch was. Ah, noch ein bisschen Flücksalat dazwischen und da wächst irgendein Gewächs. Keine Ahnung, was das ist. Ja, gut. Wollen wir auf die nächste Szene warten. Ah, noch mal die Erdbeeren und die Kürbispflanzen. Nein, das sind die Zucchinis. Ja, ein richtiger Zucchini-Urwald, den wir hier haben. Das ist beeindruckend. Zieht euch das mal rein. Nein, das ist ein richtiger Dschungel. Und die Blätter, die haben auch noch Stacheln. Also schwierig, wenn man da Zucchinis ernten will, dann ist das sogar unangenehm. Okay, das war's erstmal.